Guten Morgen meine Lieben, ja ich hoffe ihr hattet eine ruhige Nacht, ich hoffe auch ihr habt gut geschlafen, ihr seid auch gesund. Falls das nicht der Fall ist, dann wünsche ich euch hiermit heute eine gute Besserung an alle die, die hier etwas kränklich sind. Und wir wollen heute mal in die Mittwochsenergie hineinschauen, was uns denn heute hier am Mittwoch Schönes erwartet. Ja, ich arbeite wie immer mit den Runenuragel hier und mit den Gildetrevery Lennemann und alle verwendeten Kartendecks findest du auch hier unten unter dem Video in der Infobox. Wir schauen jetzt mal, was erwartet uns denn heute hier am Mittwoch das Kollektiv. Was erwartet hier meine Abonnenten generell, alle Menschen, die hier jetzt zuschauen. Bedenkt bitte, du kannst mit der Legung in Resonanz gehen, musst aber nicht. Ja, achte hier auf dein Bauchgefühl. So, also, das hat man ja noch nie in der Tagesenergie. Mit der Odinsruhne geht es heute darum, dass sich entweder ein großes Geheimnisloch lüftet, ja, dass die Karten heute noch nicht so sagen wollen, um was es genau gehen könnte. Und es wird auf jeden Fall etwas sein, was unbegreiflich ist, also was du nicht so richtig begreifen kannst. Es ist also heute hier so ein größeres Geheimnis, was dich heute hier am Mittwoch erwartet. Ich gucke mal auf, aha, und da geht es um die Zusage unteres Kartendeck. Es geht also heute hier um eine Verbindlichkeit. Das kann hier in jedem Bereich sein. Ob das jetzt in der Liebe, im Beruf, vielleicht auch wegen einer neuen Wohnung, das kommt mir jetzt auch nochmal rein. Du bekommst also heute hier auch eine Zusage. Es könnte natürlich auch eine Zusage zu einem Treffen sein. Wir schauen aber jetzt mal hier mit dem Guild of Travery Lennemore weiter. Was erwartet hier meine Abonnenten, das Kollektiv heute? Boah, das war zu viel. Eiu, eiu. Okay, na gut, die können wir nehmen. Ich mische die jetzt nochmal. Also fünf Karten. Die können wir ruhig nehmen, die jetzt rausgefallen sind. Und also heute geht es erstmal um Heilung. Also die Würfel sind ja auch gefallen für deine Heilung, für eine Herzheilung. Damit kommst du auch wieder in deine Stabilität hinein heute. Und es geht heute hier um eine männliche Person. Ja, also es könnte sein, dass du heute eine Einladung hier bekommst von einer männlichen Person. Oder auch hier ein Geschenk. Na, das sieht doch schon mal gut aus, ja. Also das übertrifft hier wieder die Tivas. Also bei der Tivas geht es ja heute um die Zusage am Mittwoch. Ja, da könnte sich vielleicht ein Herzensmensch melden. Oder eine Person, die dir hier sehr am Herzen liegt. Wenn du jetzt hier als Mann zuschaust, ist es natürlich deine Herzensdame. Oder eine gute Freundin, ja. Aber es geht heute hier am Mittwoch generell darum, dass dir die Würfel gefallen sind für deine Herzheilung. Damit du auch hier in deine Heilung reinkommst. Vielleicht auch in deine Gesundheit, falls du hier krank warst. Ja, das soll ich jetzt ja auch nochmal sagen. Und es geht halt hier in den Halt rein, in deine Stabilität. Ja. Ja, und auf jeden Fall bekommst du heute hier von jemandem eine Zusage. Wie gesagt, das könnte dein Herzensmensch sein. Das könnte eine Einladung von einem Freund sein oder Freundin. Oder auch eine Einladung hier für eine Wohnung. Ja, oder eine Zusage für eine Wohnung. Das kommt mir jetzt hier für manche auch nochmal rein. Was erwartet uns heute noch Schönes am Mittwoch? Worum geht es heute noch am Mittwoch? Was ist hier wichtig? Was soll ich hier noch sagen? Also, das sagt mir jetzt an, dass das du bist, ja. Wenn du jetzt als Frau zuschaust, bist du das. Wenn du als Mann zuschaust, bist du das auch. Es geht also heute hier in die Tiefe hinein, ja. Und ich sehe das jetzt hier noch zu der Einladung. Also, wenn wir jetzt die Frau hier hinten ran machen. Die Frau guckt ja auch in die Einladung hinein mit der männlichen Person, ja. Und da geht es jetzt heute hier nochmal um dich. Also, heute kannst du hier wirklich in deine eigene Tiefe hineingehen. Vielleicht auch mit den Gefühlen, ja. Ich lasse mal noch eine rausspringen. Mal gucken, was man raus möchte. Ja, weil es Zeit ist. Es ist wirklich Zeit, hier in die Tiefe zu gehen. Für andere, die jetzt hier nicht auf einen Herzensmenschen schauen, kann es natürlich sein, dass du heute auch in deine eigene Tiefe nochmal gehen sollst. Weil es Zeit dafür ist, ja. Damit du hier in deine Selbstheilung reinkommst. In deine Herzheilung. Und hier vor allem in deinen Selbstwerten und in deine Selbstliebe. Ja, was ist heute noch wichtig jetzt zum Abschluss hier zu sagen? Für das Kollektiv, für meine Abonnenten. Gibt es noch irgendwas, was ganz wichtig ist? Okay, die Lupe ist nochmal gefallen. Also, wie gesagt, die Lupe zeigt wieder an. Du sollst halt hier genauer hinschauen. Du sollst dir noch etwas genauer in deiner Tiefe nochmal anschauen, ja. Also, so sehr viel ist jetzt da nicht noch gefallen. Ja, und unteres Kartendeck ist hier. Du kommst damit, wenn du das nochmal anschaust heute hier, zur Weisheit, ja. Vielleicht auch nochmal in so einen kleinen Kummer. Die Euer entstehen auch manchmal. Also, auch für einen kleinen Kummer nochmal. Muss aber es nicht unbedingt sein. Und hier geht es auch nochmal in die Gefühle oder Ängste, ja. Die sollst du dir hier nochmal anschauen, damit das hier alles hier in einen Neuanfang und in eine neue Transformation hier hineinkommt. Ja, das ist die Mittwochsenergie, Mittwochstagesenergie für heute, die dich hier begleitet. Und jetzt werde ich hier noch aus der Akasha-Chronik für dich hier noch eine Karte ziehen, die dir sagt, was heute nochmal wichtig für dich ist. Was ist hier wichtig noch jetzt zum Abschluss für meine Zuschauer, für meine Abonnenten? Was ist hier wichtig? Ja, und da geht es hier um Schattenthemen. Stelle dich mutig deinen Schatten und deine Seele wird sich entfalten. Wenn du dich hier deinen eigenen Schatten stellst, deine Schatten sind deine Ängste und deine Blockaden. Also immer, wenn dich was triggert, wenn dir was wehtut im Inneren, in deiner Seele, dann schau dir das, schau hin, schieb es nicht weg, sondern schau dir das hier genau an. Damit kannst du das lösen und verändern, ja. Und dann kann sich hier auch deine Seele entfalten. Du kommst dann zu mehr Leichtigkeit und Liebe auch nochmal im Leben, ja. Auch zu deiner eigenen Selbstliebe. Ja, ihr Lieben, ich werde mich jetzt erstmal verabschieden. Ich werde später noch eine Botschaft von deiner Seele hier hineingeben für euch. Ihr hattet ja abgestimmt, das Wunschpartner-Oragel hatte ich gestern schon mit reingetan. Da könnt ihr nochmal nachschauen, wer sich das noch nicht angeschaut hat. Wer da auf einen Wunschpartner hinauf schaut. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Mittwoch, ihr Lieben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr in Resonanz gegangen seid auch, dann gebt mir gerne auch ein Like, vielleicht auch einen lieben Kommentar. Ja, und ich begrüße natürlich auch immer die neuen Abonnenten, die auch hier auf meinem Kanal dazugekommen sind, ja. Aktiviert ihr auch die Glocke, damit ihr hier nichts von mir verpasst. Und ich begrüße auch die, die jetzt hier sind und noch nicht abonniert haben. Ihr seid ja immer herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Ciao. Ciao.